Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Simon, ich bin der spirituelle Aufklärer auf YouTube und heute sprechen wir über das Thema Süchte. Ich möchte dieses Video nutzen, einfach nur als hilfreiches Video außer der Reihe, um dir Impulse in Form von Erinnerungen zu geben. Los geht es. Zuallererst schauen wir uns die Arten von Süchten an, die man so kennt, die häufig vorkommen. Und da gibt es zwei Arten von Süchten grundsätzlich. Das sind die weltlichen Süchte, von denen man immer, immer, immer die Finger lassen sollte, denen man niemals verfallen sollte. Und dann gibt es noch übernatürliche Süchte und darüber reden wir auch nachher. Also zuallererst mal die Spielsucht, also ins Casino gehen und den Spielautomaten bedienen, in der Hoffnung, dass man vielleicht gewinnt. Das ist natürlich ein reines Verlustgeschäft, du wirst niemals gewinnen, vergiss es einfach. Das ist einfach nur Geld verlieren. Mehr ist das nicht. Muss man einfach sagen. Das ist einfach nur nichts anderes als ein abgekatertes Spiel. Man hat einfach mit diesem Spielautomat und den Geräuschen und so weiter die Spielsüchtigen so konditioniert, dass sie einfach süchtig danach werden, einfach Geld in den Automaten reinzutun. Fertig. Mehr ist das nicht. Das ist einfach nur reiner Diebstahl. Ja, ist einfach nur, ist einfach nur abziehen. Mehr ist das nicht. Also Spielsucht ist einfach nur total unnötig. So, dann nächstes. Computerspiele und Serien. Im Endeffekt muss man auch sagen, deine Zeit, die du darin investierst, ist das Geld für die Hersteller. Mach dir das bitte bewusst. Was bedeutet das? Dass irgendwelche Psychologen sich zusammensetzen und herausfinden, wie die Spiele gestaltet werden müssen und die Serien, sodass sie auch ja eine süchtige Wirkung auf den Konsumenten haben. Und dadurch muss man sie kaufen, um sie konsumieren zu können und dadurch ist das Süchtigmachen nichts anderes als eine Maßnahme, um Gewinne zu erwirtschaften. Mehr ist das nicht, ja. Das muss man sich einfach bewusst machen an dieser Stelle, ja. Und deswegen. Sieh es einfach ab jetzt als Manipulation an. Wenn du von irgendwelchen Spielen oder Serien süchtig wirst, dann bist du erfolgreich manipuliert worden. Dann haben die dich genau da, wo die dich haben wollten. Das Ding ist, die Zeit, die man darin verschwendet, die kann man auch anders nutzen und vor allen Dingen, man entwickelt sich nicht weiter, ja. Es ist einfach nur berieseln lassen. Es ist nichts anderes. Dein Handy sucht, genau das gleiche Prinzip. Letzten Endes ist die Aufmerksamkeit von irgendwelchen Apps nichts anderes als das Geld. Es wird mit irgendwelchen Apps da draußen viel Geld gemacht. Deswegen werden dir auch so konzipiert, dass du möglichst viel Aufmerksamkeit darin investierst und dann werden vielleicht Werbeanzeigen gestaltet und so weiter, ja. Und mach dir bewusst, Handysucht ist total unnötig. Das ist einfach nur komplett sinnlos. Schreib nur auf WhatsApp, wenn es absolut notwendig ist. Lösche alle Handyspiele. Ich habe kein einziges Handyspiel jemals in meinem Leben gespielt. Vergiss das einfach. Das Handy muss für dich einfach nur ein Werkzeug sein, beziehungsweise das Mobiltelefon muss für dich einfach nur ein Werkzeug sein, damit du telefonieren kannst und Nachrichten versenden kannst und nur die, die wirklich wichtig sind, ja. Oder vielleicht, wenn du was teilen willst. Und das war's. Mehr ist das Handy überhaupt nicht, ja. Also vergiss alle anderen Funktionen von deinem Handy außer der Kontakt zu anderen Menschen. Und zwar, wenn es notwendig ist, der Kontakt zu anderen Menschen. Vergiss alles andere. Oder vielleicht schaust du dir ein YouTube-Video an oder sowas. Oder hörst du dir eine gefüllte Meditation an. Aber beschränke einfach das Handy auf ein Minimum. Alles andere ist einfach nur unnötig. Und dann kann die Handysucht gar nicht erst entstehen. Dann nächster Punkt. Drogen. Ich denke, da brauche ich nichts dazu sagen. Wir wissen alle, Drogen ist die Finsternis in chemischer Form nichts anderes. Und vergiss bitte diese leichten Drogen. Vergiss Haschisch. Vergiss Gras. Ja. Vergiss den ganzen Dreck. Weil diese ganzen leichten Drohungen sind nichts anderes als künstliche Vorläufer, die erschaffen worden sind, nur um dich später in die härteren Drohungen reinzubringen. Es ist nichts anderes als Einstieg. Ja. Das ist alles erfunden worden, um dich später in die harten Drohungen reinzubekommen. Das ist alles eine riesengroße Verschwörung. Mach dir bewusst, die Dinger sind stärker als du. Da kannst du nur die Leute fragen, die mal in dem Sumpf drinnen waren. Ich würde lieber sterben, als in diesen Sumpf reinzugehen. Für mich sind Drogen nichts anderes als die chemische Finsternis selbst. Da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen. Da gibt es keine halben Sachen. Ey, der Einzelne, der damit angefangen hat, hat einen Fehler gemacht. Und hätte es einfach nicht machen dürfen. Aber dazu kommen wir später, wenn wir uns die anschauen, wie man damit anfängt. Dann Alkohol ist einfach nur eine harmlosere Form davon, das einfach nur gesellschaftlich anerkannt ist. Ich würde das Ding verbieten, wenn ich könnte. Ja. Also solche Sachen, die einfach chemisch deinen Körper beeinflussen, würde ich verbieten. Und zwar alle. Es ist einfach nur auch Geldmacherei, weil die Sucht ist nichts anderes als das Geld der Hersteller. Und weil man damit extrem viel Geld machen kann, wird das nicht verboten. Da wäre der Staat ja blöd, wenn er das machen würde. Also man muss einfach die Dinge ganz trocken und rational betrachten, wie sie sind. Es ist einfach etwas, was dich in einen Zustand bringt, wo du nicht mehr du selber bist. Deine Gehirnzellen sterben ab. Du wirst abhängig davon. Du versuchst, deine Probleme zu vergessen und so weiter. Du kommst in eine Abwärtsspirale davon rein. Also lass es einfach weg. Vergiss es einfach. Alkohol ist einfach nur unnötig. Braucht keiner. Braucht niemand. Dann Zigaretten. Das ist genau das Gleiche. Wieso zündest du nicht einfach dein Geld an? Ganz ehrlich. Du bezahlst dafür, dass du deine Gesundheit ruinierst. Und was hast du davon? Gar nichts. Einfach nur, dass die Gefühle in deinem Kopf stimmen, sobald du daran ziehst. Und diese Gefühle wären nicht da, wenn du niemals damit angefangen hättest. Vergiss es einfach. Einfach gar nicht erst damit anfangen. Und wenn du dort bist, dann schau, dass du da wegkommst. Kommen wir gleich noch zu. Der nächste Punkt. Fressen ist natürlich sehr schlecht für die Gesundheit. Ist kostspielig. Macht dich unattraktiv und fett. Warum machst du es dann? Die meisten Leute suchen mit Fressen eine Ersatzbefriedigung. Weil irgendwas anderes in ihrem Leben nicht funktioniert. Weil es einfach sehr große Glücksgefühle auslöst. Aber die Nachteile sind einfach zu hoch. Ja, habe ich bereits aufgezählt. Dein S3X. Danach solltest du auch nicht süchtig sein. Wenn du nämlich dann auch süchtig bist, dann bist du ein Parasit deinem Partner gegenüber. Oder einem anderen Menschen gegenüber. Dann missbrauchst du ihn als Puppe. Ja, also lass es einfach sein. Beim S3X, da werden nämlich die größten Hormone überhaupt ausgeschüttet. Und dadurch kommt es zustande, dass es das natürlich süchtig macht auf Dauer. Die Menschen müssen wirklich lernen, ihre Lust zu kontrollieren. Sie sollte einfach nur gesehen werden als die Sprache der Seele für die Verbindung zu den richtigen Menschen. Und zu guter Letzt natürlich P-Konsum. Einfach weglassen. Einfach gar nicht schauen. Vergiss das einfach. Es ist künstlich. Es ist eine Ersatzbefriedigung dafür, dass du kein S3X hast. Und es macht dein Dopaminsystem kaputt. Das ist bei allen Sichten so. Beim P-Konsum ist es fast so schlimm wie bei Drogen. Es wird Dopamin ausgeschüttet, wenn du dir das anschaust. Früher wurde nur dann Dopamin ausgeschüttet, wenn du etwas geleistet hast. Wodurch du die Motivation hast, irgendwas zu leisten. Und wenn du die Dopaminausschüttung durch einen Mausklick bekommst, dann hast du keinen Bock mehr für irgendwas. Was wirklich zählt. Und deswegen einfach bleiben lassen. Die NoFap Community, wo ich auch Mitglied bin, klärt darüber auf. Schaut euch dazu einen Vakura an. Ich verlinke ihn euch unten in der Videobeschreibung. Dann ganz kurz noch zu den übernatürlichen Süchten. Der Prozess beim Wachstum. Das heißt, vielleicht verlässt du jeden Tag deine Komfortzone und kannst ihn irgendwann nicht mehr ohne das Leben. Zum Beispiel gibt es Bodybuilder, die können nicht anders, außer jeden Tag zu trainieren. Sie müssen das machen. Sie können gar nicht anders. Sie müssen das machen. Sie sind dazu gezwungen. Und das gleiche auch bei spirituellen Praktiken. Ja, dadurch wirst du süchtig danach, dich selber als geistiges Wesen zu erfahren. Oder durch Rückführungen süchtig machen zum Beispiel. Sowas ist erlaubt. Das ist sogar gut. Und dazu kommen wir gleich. Die Impulse, die ich dir mitgeben möchte. Wenn du gar nicht erst anfängst, dann hast du gewonnen. Mach dir bewusst diese Ausrede von wegen. Ja, ich ziehe nur einmal dran oder sowas. Ja, ich probiere das halt einmal kurz aus. Ja, vergiss es. Du bist schneller in der Abwärtsspirale, als du, oh mein Gott, ich komme da nicht mehr raus, sagen kannst. Fang gar nicht erst an zu rauchen. Fang gar nicht erst an, Alkohol zu trinken. Fang mit diesem ganzen Scheiß einfach gar nicht erst an. Das ist das einzig Richtige. Alles andere ist total unnötig. Weil sobald du es einmal gemacht hast, machst du es ein zweites Mal, ein drittes Mal, weil die Hemmschwelle einfach weg ist. Und dann war es das. Dann wirst du extrem lange brauchen, bis du aus der Abwärtsspirale wieder rauskommst. Vergiss es einfach, ja. Einfach gar nicht erst anzufangen mit dem ganzen Blödsinn. Und es gibt keinen Grund damit anzufangen. Ja, es gibt solche Sachen wie, ja, Gruppenzwang, ja. Du willst dazugehören, ja, und? Dann bist du halt alleine. Was wird in zehn Jahren von deinen Alkoholfreunden oder Raucherfreunden noch übrig bleiben? Nichts. Was wird in zehn Jahren von der Sucht übrig bleiben? Eine zerstörte Gesundheit und eine Menge Geld, das du verloren hast. Herzlichen Glückwunsch. Also, es gibt keinen Grund, wirklich gar keinen, damit anzufangen. Oder deine Probleme zu vergessen, ja. Du musst endlich kapieren, dass Probleme dazu da sind, um gelöst zu werden. Und die wirst du auch nicht los, wenn du sie einfach vergisst, ja. Dann, die Nachteile sind es nicht wert, egal welche Gründe du hast, die dich dazu bringen, damit anzufangen. Denn die Nachteile sind es nicht wert. Das Geld, was du dafür ausgibst, rechne das mal hoch. Wenn du jeden Tag fünf Euro investierst, um eine Zigarettenschachtel zu kaufen, dann hast du nach einem Jahr tausend Euro verloren. Dabei bekommst du einen super tollen Urlaub. Überleg dir das mal. Dann, nächster Punkt, erdgebundene Geister. Ein weiterer Fakt, der dafür sorgt, dass das immer schlimmer wird, ist, weil irgendwelche erdgebundenen Wesenheiten oder Identitäten sich an dich festklammern, weil sie keinen physischen Körper mehr haben und über dich sich nochmal ausleben wollen. Und das ist der Grund dafür, warum du immer diese Impulse bekommst, das jetzt zu machen. Warum du Fressattacken bekommst und so weiter, ja. Also das ist auch noch ein Fakt, der dazu kommt, je schlimmer es wird, desto mehr Geister ziehst du an und desto schlimmer wird es. Und zuallerletzt, abgekarterte Verschwörung. Diese ganzen Süchte sind einfach nur installiert worden von der Finsternis, um dich in ein Gefängnis einzusperren, wo du einfach nur deine Zeit verschwendest und dein Geld verlierst und deine Gesundheit verlierst und wertvolle Menschen verlierst und so weiter. Das ist nichts anderes als ein reines Zerstörungsprogramm gegen dich. Es ist ein Krieg gegen dich. Du kannst diesen Krieg nur gewinnen, wenn du damit gar nicht erst anfängst und selbst wenn du der einzige Mensch auf diesem Planeten wärst, der nicht damit anfängt, der das nicht macht, dann bist du der einzige Mensch auf diesem Planeten. Du musst klare Prinzipien haben. Und wenn du aktuell nach irgendwas süchtig bist, nach irgendwas, dann ist die einfachste Lösung, dass du das systematisch reduzierst. Nutze Zeiten, wo du das bewusst machst oder schreib darauf, wie oft du das machst und dann mach es einmal weniger. Bau das systematisch immer weiter ab. Das wäre nämlich der einfachste Weg, wo du langfristig erfolgreich bist. Der schnellste und ekelhafteste Weg wäre ein Kaltentzug. Ist allerdings auch ziemlich gefährlich. Das kommt darauf an, nach was du richtig bist. Das wäre der schnellste Weg, um damit aufzuhören. Und irgendwann hat sich dein Körper davon befreit und erholt und dann ist das Problem vom Tisch. Und mach es nicht alleine. Such dir jemanden, dem du dich gegenüber verpflichtest und hindere dich selbst dran. Also versperre einfach die Zugänge. Du musst einfach alles dafür tun, um davon wegzukommen. Weil du kannst kein selbstbestimmtes Leben haben, wenn dich irgendwas beherrscht. Frage dich jedes Mal, wenn du diese Sache praktizierst, muss ich das jetzt machen oder muss ich das jetzt nicht machen? Will ich das jetzt überhaupt? Ganz bewusst. Und dann wirst du um die Hälfte schon weniger das Ganze praktizieren. Weil das Allermeiste machst du aus Gewohnheit und auf Autopilot. Und wenn du es bewusst machst, dann fallen diese ganzen Autopilotverhaltensweisen weg. Wenn du mit Menschen zu tun hast, die damit zu tun haben, dann kommt es darauf an, was das für eine Sucht ist. Also eigentlich solltest du dich von Leuten fernhalten, die nach harten Drogen richtig sind. Das sind einfach nur Bio-Roboter, die nur darauf programmiert sind, dir Geld abzunehmen, um ihre Sucht zu finanzieren. Nichts anderes ist es. Ja, das sind einfach nur Seelenlose. Diese Menschen kannst du sofort vergessen. Oder du nimmst sie gefangen und sie machen einen Kaltenzug. Eins von beidem. Das sind die einzigen beiden Dinge, die sie machen. Oder entweder komplett meiden oder einen Kaltenzug machen lassen. Oder in die Klinik liefern. Es ist halt so, dass es die Beziehung zwischen euch beiden belastet. Irgendwann ist die Sucht wichtiger als die Beziehung und das ist einfach toxisch. Deswegen umgib dich am besten mit Menschen, die nach nichtsüchtig sind. Das wäre das Beste. Und eine Sache muss klar sein. Irgendwann musst du bewusst sein, dass du der Durchschnitt der 5 Menschen bist, mit denen du die meiste Zeit verbringst und hab Ansprüche. Junkies sind kein guter Umgang für dich. Du willst ein selbstbestimmtes Leben, also such dir Menschen, die auch ein selbstbestimmtes Leben führen. Da kannst du Junkies nicht gebrauchen. Da bin ich einfach eiskalt bei solchen Aussagen. Fazit, du darfst von nichts weltlichem süchtig sein. Da gibt es keine zwei Meinungen. In keinster Weise. Es gibt allerdings noch eine Sucht, die wirklich gut ist. Und das ist die Sucht, die aus deiner Seele kommt. Weil Gott sagte, Gefühle sind die Sprache der Seele. Und manchmal gibt es Gefühle, die dein ganzes Leben verändern. Ein Aussydischer namens Army, der irgendwann von den Sternen sagte, die Liebe ist die einzig legale Droge. Und die Frage ist, was für eine Art von Liebe ist das? Das ist nicht nur die partnerschaftliche Liebe, sondern die Liebe gibt es in vielen Formen. Zum Beispiel die Liebe für das, was du tust. Zum Beispiel die Arbeit, die deine Berufung ist. Danach kannst du süchtig werden quasi. Du arbeitest dann quasi von früh bis spät. Oder übernatürliche Praktiken, die dich weiterbringen in deiner spirituellen Entwicklung. Oder einfach die wahre Liebe oder einfach der Prozess der Selbstverwirklichung. All das. Wenn du dann auch süchtig wirst, dann ist das ein gutes Zeichen von deiner Seele, dass du weitermachen sollst. Und das ist erlaubt. Das ist sogar gefordert. Und das ist wunderschön. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe dir heute einen ganz klaren Impuls gegeben. Wie du objektiv zu diesem Thema stehen musst. Und ich hoffe, du hast verstanden, dass es da keine zwei Meinungen gibt. Alles andere, was jetzt dein Verstand sagt. Ja komm, man muss ja wissen, wo die Grenzen sind. Nein. Einfach gar nicht. Einfach sein lassen. Zu 100%. Da gibt es nur schwarz, der weiß. Weil alles andere führt nur zur Abwärtsspirale. Alles andere führt nur dazu, dass du unnötig Geld ausgibst. Alles andere führt nur dazu, dass du unnötig dein Bewusstsein blockierst, benebelst und so weiter. Völlig unnötig. Die ganzen Nachteile bringen dir überhaupt nichts. Und du hast doch nichts davon. Und Bewusstsein zu erweitern der Drogen macht auch keinen Sinn, weil das kannst du auch anders machen. Ohne irgendwelche Hilfsmittel, die künstlich sind auch noch. Schreib mir gerne dazu deine Meinungen in die Kommentare. Alles, was von dem abweicht, was ich heute gesagt habe, ist einfach nur von deinem Verstand irgendeine Ausrede, um in dein altes, bequemes Leben zurückzukehren. Nächstes nicht. Dein Verstand ist plastisch, hat sich bereits daran gewöhnt und er will einfach nicht aufhören, weil das ist ja so Dopamin-Lieferend. Das ist auf Knopfdruck. Der Verstand ist nicht bereit, diesen Luxus aufzugeben und das Dopamin auf mit dem Weg des geringsten Widerstands zu bekommen. Er sieht nicht ein, warum du den harten und schweren und langen Weg gehen sollst. Mach dir das bewusst. Am Ende gibt es nur zwei Herrschaftsbereiche, die Seele oder das Ego. Wenn du irgendwelchen Süchten erliegst, erliegst du deinem Ego und das Ego hat die Kontrolle über dein Leben und damit auch dessen Programmierung, die von außen kommt, die echt nicht immer gut ist. Oder deine Seele und mach bewusst das, was objektiv richtig ist und lässt das sein, was objektiv falsch ist. Punkt. Und seid einfach so klar wie ich. Ich bedanke mich und freue mich schon sehr auf deine Fortschritte im Kampf gegen deine Süchte, falls du welche hast, die du nicht haben solltest. Bis dann.